Hallöchen, hallo, da bin ich wieder mal an einem wunderschönen Herbsttag. Habe ich mir gedacht, ich mache mal eine kleine Sightseeing, tue hier durch die Schlösser der Umgebung. Und ja, mit dem, was man hier gerade hinter mir sieht, da fange ich heute einfach mal an. Und ja, mit dem, was man hier ist. 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 Ich wusste gar nicht mehr, dass es hier so schön ist. Und ja, mit dem, was man hier 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 ist. So meine Lieben. Ich bin für heute durch, ich gucke mal jetzt noch, was es hier so schönes gibt und vielleicht kommen wir dann hier bei Gelingert nochmal hin, aber mit dem Video ist für heute zu Ende. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss! Tschüss!